Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, die Erinnernden des Anzunehmen bei Senegos, bei den Koordinaten 48, 27 in Azuna. Ich muss dabei die Nachtwächterin Idri suchen. Ich nehme die Quest mal an, und dafür muss ich hier nach unten. Am besten komme ich dahin, indem ich hier gerade auslaufe, wie es aussieht. Und dann nach rechts laufe. Und ich bin auch gleich bei ihr. Und das war es auch schon, abzugeben bei Nachtwächterin Idri, weil die haben wir ja gesucht. Die ist bei 48,35 in Azuna, und ich hoffe, ich konnte jemandem helfen. In diesem Sinne, Tschüss.